Ah ne, ja ja, da kannst du dich schon wutzeln. Sollen wir was zum Essen machen doch. Jetzt schau her, jetzt schau her, weiter oben. Nächster, nächster passt noch. Da trinke ich auch gut dabei und von den Tepfs, das habe ich mir so viel von, habe ich mir auch aus, heute habe ich die Pfanne mitgenommen, da könnt ihr auch einen Link haben, das ist leicht und je nachdem was man braucht, kann man es super aufteilen. Na da, da habe ich heute Pum mit, das ist größer, also wenn ich nur, soviel weiß ich, ich mache nur einen Kaffee, wenn wir nur einen Kaffee machen, nehmen wir was kleiner. Ah mein Schatz, seht her, stehen da. Soll ich mal. Oh ja, das ist gut. Das ist wichtig, das ist super bei Kiffin, das ist das Beste. Soll ich jetzt das. Oh nein. Oh nein. Was? Was? Sein wirst du natürlich. Was ist die Ronja? Perfekt! Wie gesagt, ich habe die Pfanne mitgenommen, habe ich dann ein Meeres geressen, von der Stadt bin, sogar einen Teekocher, also eine Teekanne, aber heute weiß ich nicht, passt nur für die paar Würstel und die Pfanne, alles beieinander, das ist leicht, hat ein paar Gramm und erfüllt seinen Zweck mehr als ich. Die Wälder gibt es da nicht, da ist aber dran, da zeige ich euch das einmal, da zeige ich das ist immer perfekt, dann starten wir das Ding, also ich habe jetzt schon ausgedreht, einfach Gas aufschalten und starten. So, das ist, wie gesagt, ich verlinke euch das Zeug unten, das geht wieder aus, weil das ist ja nicht mehr fertig und wir haben jetzt noch etwas versessen. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Dann sind wir fertig. Ich werde gleich wieder weg das Zeug. Das ist nicht verstaut. Und das Ding lässt sich wieder super transportieren. So. Bis dann klappt. Bis dann klappt die Füße rein, ich glaube da einfach die Dinger da noch. So. So. Das ist jetzt wirklich. Aber ist jetzt fertig. Und da dachte ich, ich habe keinen Platz. das ist bei mir sogar im Helm verstaut da ist der Helm drin und da liegt es 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 drin Vielen Dank.